Hallo liebe Leute, ich begrüße euch zu einem weiteren Video aus meiner Miniserie Plan B Doppelpunkt das Buch. Und in dieser Miniserie möchte ich ein bisschen Hintergründe erklären, warum ich dieses Buch, was in ein paar Tagen erscheint, hier geschrieben habe. Und zwar heißt es Plan B für das Klima mit den Kräften der Natur den Klimawandel bewältigen. Und eine Sache, die mir beim Schreiben dieses Buches geht eigentlich nur um Physik, Biologie und Chemie des Klimas. Aber eine Sache, die mir aufgefallen ist, ist, dass bei dieser Klimabewegung, dass da starke Komponenten nicht nur von der Wissenschaft beigefügt sind, sondern man findet auch Komponenten, die fast einen quasi religiösen Einschlag haben. Man findet Einflüsse von politischen Ideologien und auch natürlich, man findet in der Klimabewegung also auch wirtschaftliche Komponenten, also Profitstreben. Und deswegen möchte ich in diesem Video mal versuchen, die Klimabewegung hier, die in der Mitte steht, in diesem Viereck, das Klima, die Klimathematik oder die Klimabewegung zu analysieren. Was ist wirklich Wissenschaft an der Klimabewegung? Was sind quasi religiöse Komponenten? Was sind politische, ideologische Komponenten? Und was sind vielleicht einfach wirtschaftliche Komponenten? Da will man Geld verdienen. Und das möchte ich in diesem Video machen. Und dazu werde ich als erstes mal die vier Merkmale von oder die Merkmale von diesen vier ja Elementen unserer allgemeinen Gesellschaft, die will ich mal erstmal analysieren und dann die Klimabewegung dort einsortieren. Das ist also der Inhalt hier von diesem Video. Aber bevor wir damit anfangen, möchte ich zwei Veranstaltungen ankündigen in eigener Sache, da wo man also direkt mit mir debattieren kann. Das ist einmal am 21. November in Kreuzlingen am Bodensee, ganz in der Nähe vom Konstanzer Bahnhof, ist das Trösch, aber auf der Schweizer Seite. Das ist ein Veranstaltungsort. Und da haben wir um 19 Uhr an diesem Donnerstag eben einen Raum für ungefähr 100 Leute gemietet. Der Eintritt ist frei und es gibt aber trotzdem was zu trinken. Und da wollte ich das Buch vorstellen und mich auch eben den Argumenten oder der Kritik der Leser oder der Leute stellen. Also herzliche Einladung am 21. Donnerstag November im Trösch um 19 Uhr in Kreuzlingen. Und dann gibt es eine zweite Veranstaltung, wo es wahrscheinlich auch ein bisschen wild hergehen wird. Das ist in Erbendorf. Erbendorf, da muss man erstmal auf der Karte gucken, wo das ist. Das ist also hinter Bayreuth. Und da haben wir, hat also der Veranstalter hat also die Stadthalle gemietet. Ich hoffe mal, die ist nicht zu groß, weil so viele Leute interessieren sich ja nur auch wieder nicht für meine Klimaphysik. Und man möchte hier gerne, dass ich vortrage speziell zur Fragestellung zwischen Windrädern, also Windparks zu bauen und dem Wälderschutz. Weil die Leute, der Einladende ist, der Verein für Landschaftspflege, Artenschutz und Biodiversität, die machen sich Gedanken über die Wälder, die zum Teil eben, ja zum Teil zumindest für die Zufahrtsstraßen und die Betonfundamente von diesen Windrädern, also da werden Bäume gefällt. Und da will man von mir aus der übergeordneten Perspektive wissen, was bringt denn nun eigentlich mehr Wälder und Wälderschutz oder Landschaftsschutz oder eben noch mehr Windparks in Deutschland. Und beim Wind, da gibt es ja immer große Emotionen in Deutschland, also bei Wind onshore, also an Land. Das wäre also am 16. November und 17 Uhr und auch hier ist der Eintritt frei. Also nach dieser, ja nach diesen zwei Ankündigungen in eigener Sache, jetzt also zu meinem Versuch einer Analyse der Beweggründe, der Komponenten der Klimabewegung. Und da fangen wir erstmal damit an, was eigentlich Naturwissenschaft ist. Ich habe ja nun die längste Zeit meines Lebens, also seit dem ersten Semester Physik, als ich angefangen habe als Student, habe ich in der Naturwissenschaft gelebt. Und da bis hin die ethischen Normen, die Verhaltensnormen und auch die Grundlagen, was eigentlich Naturwissenschaft ist, die habe ich gelernt und dann auch verinnerlicht. Und als ich mich jetzt vor ungefähr zehn Jahren dann angefangen habe, als Seiteneinsteiger mit Klima zu beschäftigen, da sind mir plötzlich neue Verhaltensweisen, neue, ja neue Probleme aufgefallen, die ich aus der langen Zeit meiner Arbeit in der Naturwissenschaft, in der Physik eigentlich nicht kannte. Ja, aber zunächst mal jetzt also der Versuch aus meiner Warte zu erklären, was ist denn eigentlich Naturwissenschaft? Im Zentrum steht der Versuch, die Naturgesetze oder die Natur zu verstehen. Es ist also die Suche nach Erkenntnis. Und da ist eben ganz wichtig in der modernen Naturwissenschaft die Übereinstimmung zwischen Theorie und Experiment. Es gibt also Theoretiker, die stellen Modelle auf, die können auch Vorhersagen machen und dann kommt der nervige Experimentator und misst das nach. Und die Theoretiker sind dafür gewöhnlich ein bisschen genervt, weil es nicht immer übereinstimmt. Die haben sich was Schönes ausgedacht, aber in der Realität, und das ist eben auch die Idee der Naturwissenschaft, die Befragung der Realität, da stimmt es nicht überein. Also ganz wichtiger Punkt, jenseits der Alchemie und der Magie, Theorie und Experiment müssen übereinstimmen. Und ein ganz wesentliches Merkmal der Naturwissenschaft und auch der Wissenschaft insgesamt ist das kritische Hinterfragen. Also Skeptizismus. Man ist skeptisch. Stimmt das denn wirklich, dass die Erde flach ist? Haben früher mal welche gefragt und die haben dann aber gleich einen Haufen Ärger bekommen und so weiter. Man muss alles kritisch hinterfragen. So bin ich trainiert. Und jetzt steht auf meinem Wikipedia-Eintrag, dass ich ein Klimaskeptiker bin. Ich weiß nicht, ob es immer noch da steht. Es scheint jedenfalls jahrelang da. Früher stand mal Klimaleugner. Also noch schlimmer. Und da würde ich sagen, ja, also Klimaskeptiker. Ich bin Skeptiker von Beruf, weil der Naturwissenschaftler oder die Naturwissenschaftlerin hinterfragt die festen Dogmen, die man meint, dass die absolut sicher sind, wie die Absolutheit der Zeit. Aber die Zeit ist eben relativ. Dann die Falsifizierbarkeit. Theorien in der Physik oder Vorhersagen, die müssen falsifizierbar sein. Es muss möglich sein, zu beweisen, dass das nicht stimmt. Und das gilt natürlich beides nicht hier. Übereinstimmung von Theorie und Experiment und auch die Falsifizierbarkeit im Klimabereich nicht für Prognosen. Es gilt grundsätzlich nicht für Prognosen, was im Jahr 2100 passiert, kann ich eben erst im Jahr 2100 nachmessen und gegebenenfalls falsifizieren. Das gehört also nicht wirklich in den Bereich der Grundidee der Naturwissenschaft. Und wir suchen halt immer nach Indizien und Beweisen, so wie Sherlock Holmes, um zu verstehen, was geht denn da in der Natur vor sich. Es gibt keine Dogmen und keine absoluten Wahrheiten. Also die Leute meinen immer als Physiker oder Physikerin, da wäre man im Besitz der absoluten Wahrheit. Nein, im Besitz der absoluten Wahrheit sind eigentlich eher die Priester oder die Vertreter von Religionen. Wir haben keine Wahrheiten, sondern nur die Idee, wie es sein könnte, sind uns aber nie sicher, ob es wirklich so ist. Es gibt keine Wahrheiten, sondern nur die Suche nach Wahrheit, die Suche nach Erkenntnis. Und die Modellvorstellungen, die wir entwickeln, zum Beispiel das Urknallmodell von der Entstehung des Universums und der Entwicklung des Universums, das ist nur eine Modellvorstellung. Die kann auch wieder über den Haufen geworfen werden, wenn es neue Erkenntnisse gibt. Also keine Dogmen. Es gibt allerdings konkurrierende Lehrmeinungen, auch in meinem Gebiet. Ich habe im Bereich der Nanotechnologie lange gearbeitet. Da gab es verschiedene Schulen, die hatten dann auch verschiedene Vertreter, die so auf Tagungen immer gesprochen haben. Aber die sind hinterher in die Kneipe gegangen und haben zusammen Bier getrunken, weil es waren ja Kollegen, die im selben Gebiet gearbeitet haben. Die haben sich nicht gegenseitig angegiftet, weil sie verschiedene Modellvorstellungen oder Lehrmeinungen hatten. Austausch von Argumenten und gemeinsame Suche nach Erkenntnis. Es gibt in der Naturwissenschaft und ich nehme auch an, in der allgemeinen Wissenschaft keine persönlichen Angriffe, keine Diffamierungen, keine Denunziation, dass man jemanden beschuldigt, er wäre in irgendeiner fürchterlichen Gruppierung drin oder sowas. Keine Unterstellung, keine Dogmen und Worte wie Lügner oder Leugner sind mir, bevor ich mit dem Klima angefangen habe, sind mir in meinem Leben nicht begegnet. Die kommen in der Naturwissenschaft nicht vor. Ja, das also Elemente der Naturwissenschaft. Wir gehen zum nächsten der vier Sachen, nämlich die Elemente einer Religion. Und damit meine ich eigentlich eine althergebrachte Religion, weil die modernen Religionen, insbesondere das moderne Christentum, hat sich von vielen dieser Dinge hier inzwischen entfernt, hat sich weiterentwickelt. Ich beziehe mich jetzt eigentlich eher auf die Vorstellung einer mittelalterlichen Religion. Aber im Zentrum, auch heute noch, steht der Glaube an eine höhere Ebene. Also das Streben nach Verstehen der Naturgesetze ist das Zentrum der Naturwissenschaften und hier steht der Glaube an eine höhere Ebene oder an einen Gott steht im Zentrum. Und dazu gehört dann als Ableitung die Vision einer idealen Gesellschaft und auch Werte. Da haben wir so einen interessanten Punkt, dass die Naturwissenschaft eigentlich keine Werte entwickeln kann. Ja, wir können nicht sagen als Naturwissenschaftler, es ist gut oder es ist schlecht oder so. Also allenfalls Darwinismus oder sowas. Aber das wäre natürlich schon eine sehr harte Gesellschaft, wo der Kampf ums Überleben dann das oberste Prinzip ist. Nein, das sind keine Werte. Sondern Werte werden eigentlich eher aus religiösen oder vielleicht philosophischen Vorstellungen heraus entwickelt. Und da haben wir so einen ganz interessanten Fall, dass wir heute eher eine atheistische Gesellschaft haben als Hauptströmung so ein bisschen in Europa. Aber trotzdem haben wir Werte. Und da muss man sich fragen, wo kommen diese Werte eigentlich her? Und ich denke schon, dass die Werte, die wir haben, sehr im Christentum verankert sind. Und ich selber möchte mich eigentlich auch als jemand bezeichnen, der im Christentum verwurzelt ist. Ja, aber eben, das ist so eine Ableitung. Man hat eine Vision einer idealen Gesellschaft und Werte. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Man braucht ja Werte. Dann gibt es also in althergebrachten Religionen meistens die Vision einer Hölle. Hölle und wichtiger Punkt, hier kommt zum ersten Mal die Angst vor. Also in der Naturwissenschaft, da gibt es also nur Vernunft, Rationalität, Sachlichkeit und Pragmatismus. Währenddessen wir in der Religion, zumindest in der alten Form, mit Angst arbeiten. Ihr kommt in die Hölle, wenn ihr nicht das und das tut. Ja, also da wird mit Angst gearbeitet. Und Angst ist ja eine wesentliche Komponente auch der Klimabewegung. Und eine Strafe für Fehlverhalten und Dogmatismus. Dogmen der Religion dürfen nicht in Frage gestellt werden, sonst ist man ein Ungläubiger. Die Menschen werden also getrennt in der Religion in Gläubige und Ungläubige. Und die Ungläubigen gehören nicht zur Gruppe. Das sind sozusagen Fremde. Skeptiker, also ich zum Beispiel, die wären vor allem schon mal als erstes Ungläubige. Die sind also nicht in-group, gehören nicht dazu. Kritisches Hinterfragen ist nicht angesagt. Dafür aber missionarischer Eifer der Anhänger. Und auch ein Charakteristikum der Religion. Ich hatte da mal ein Buch geschrieben, das heißt Das Gesetz der Herde. Und da hatte ich mich sehr genau mit diesen Mechanismen von gesellschaftlichen Bewegungen auseinandergesetzt. Und wir haben in den großen Ideologien und auch in den Religionen, da haben wir eben Vorschriften und Verbote. Also Verbote und Vorschriften, also wo das Verhalten des Menschen durch übergeordnete Strukturen, also geschriebene Gesetze, das wird also kanalisiert. Gerne also zum Beispiel auch Essensvorschriften, die von verschiedenen Religionen gibt es in verschiedener Form. Ja, was dann aber im Bereich der Religion ganz im Unterschied zur Naturwissenschaft auftritt, sind persönliche Angriffe, Verunglimpfungen, Verteufelungen. Ja, und da muss ich sagen, und Denunziationen hier und die Beweislastumkehr. Und da möchte ich eigentlich eine kleine Geschichte erzählen. Also es geht ja eigentlich um die Klimabewegung. Und ich wurde zweimal jetzt in den letzten Jahren denunziert. Und zwar wurde mir anonym vorgeworfen, derjenige, der das sagt, über den Gantefeuer, der tritt ja nicht mit Namen auf, sondern den kriegt man nicht raus. Das ist also anonym, eine anonyme Denunziation. Und da wird gesagt, der wird bezahlt von irgendwelchen fürchterlichen wirtschaftlichen Gruppen, die also schreckliche Dinge vorhaben und er arbeitet für die. Ja, und das ist eine Denunziation. Und ich war da erst mal vollkommen konsterniert. Und dann fiel mir eine kleine Geschichte, das war in einer öffentlichen Veranstaltung, und da fiel mir eine kleine Geschichte ein. Und zwar hatte ich mal gelesen vom Mittelalter, als es die Inquisition gab, da war das Denunzieren von Frauen als Hexen ja eigentlich sehr häufig. Also gab es jemanden, der wollte gerne das Haus der Nachbarin haben, die also da in dem Haus alleine lebte und hat die als Hexe denunziert. Und zwar hat er behauptet, dass er die am Abend vorher auf dem Besen über dem Dach um Mitternacht hat fliegen oder reiten sehen. Und dann kam die Inquisition, hat die Frau befragt und die wusste gar nicht, was los ist. Ich, Hexe? Na, ich bin doch keine Hexe. Und dann hat die Inquisition gefragt, ja, sie wurden aber gesehen, wie sie auf ihrem Besen um Mitternacht über ihrem Haus ritten. Und die arme Frau wusste dann gar nicht, was sie machen sollte und hat erzählt, ja, ich habe überhaupt keinen flugfähigen Besen, hat sie in ihrer Panik gesagt. Und der Inquisitor hat dann gesagt, aha, sie wissen also den Unterschied zwischen flugfähigen Besen und normalen Besen. Das heißt, sie sind eine Hexe, weil alle normalen Frauen wissen das nicht. Und die Frau merkte, sie hat einen schlimmen Fehler gemacht und paddelte dann wild in ihrem Gehirn rum. Was mache ich nur? Was mache ich nur? Und so ging es mir auch in der öffentlichen Veranstaltung. Na, saßen da 100 oder 200 Leute und Ganteföhr wurde beschuldigt. Er wird also von irgendeiner fürchterlichen Institution oder Wirtschaftsdings bezahlt, um diese These hier zu vertreten. Und ich auch, was mache ich nur? Was mache ich nur? Was mache ich nur? Ich bin aber doch nicht. Ich mache das doch gar nicht. Und die Frau hat dann gesagt, dass sie an dem fraglichen Abend ja in Frankfurt gewesen sei. Wir sind wieder bei der Inquisition im Mittelalter. Und der Inquisitor meinte dann, aha, wenn sie gestern Abend aber in Frankfurt waren und jetzt schon wieder hier sind, das heißt ja, dass sie auf einem Besen geflogen sein müssen und zwar einem überschallfähigen Besen und das beweist, dass sie die Hexe sind. Und dann wurde der Frau klar, egal was sie sagen würde, sie wurde auf jeden Fall als Hexe verurteilt. Und damals gab es ja diesen interessanten Gottesbeweis. Nämlich man hat also die Frauen, von denen man vermutete, dass sie Hexen sind, die wurden also mit Steinen beschwert in den Fluss geworfen. Und wenn sie untergegangen sind, dann waren sie ja wirklich Hexen, weil Gott sie nicht gerettet hat. Zum Glück ist mir das nicht passiert. Man ist von solchen drastischen Beweisführungen bei Denunziationen ist man doch inzwischen ein bisschen abgerückt. Aber bei der fraglichen Veranstaltung, wo mir eben vorgeworfen wurde, ich sei also bezahlt von fürchterlichen Organisationen, da habe ich verloren. Also ich konnte nichts machen. Weil, überlegt euch das bitte mal selber, wenn euch jemand vorwirft, ihr werdet bezahlt von irgendwelchen furchtbaren Leuten oder ihr gehört zu einer vollkommen ablehnenswerten Vereinigung und deswegen tut ihr das, was ihr tut, dann überlegt euch mal, wie wollt ihr beweisen, dass ihr das nicht seid? Das ist die Beweislastumkehr. Eigentlich muss der Denunziator, also der, der den anderen Menschen beschuldigt, der muss die Beweise anbringen. Aber der Beschuldigte muss nicht beweisen, dass er das nicht ist. Aber im Mittelalter war es so. Da musste die Hexe beweisen, dass sie keine Hexe ist. Wie gesagt, mit Steinen beschwert. Und ich dachte eigentlich, die letzten, ja, jetzt bin ich knapp 70, 68 bin ich jetzt, ja, die letzten, also seitdem ich klar denken kann, irgendwie seit 50 Jahren oder ein bisschen länger, ja, dass wir diese finsteren Zeiten hinter uns gelassen haben. Die Religionen haben sie hinter sich gelassen. Es wird keine Hexe mehr verbrannt. Aber es gibt es jetzt auf einmal wieder in anderen Bewegungen. Da wird man wieder denunziert mit der Beweislastumkehr. Allerdings wird man nicht mit Steinbeschwert in den Fluss geschmissen. Ja, ich wollte das mal kurz erzählen. Ja, da haben wir also schon eine religiöse Komponente in der Klimabewegung. Aber ich wollte jetzt eigentlich erst mal nur darstellen, was eine Religion eigentlich ausmacht. Und im Zentrum steht der Glaube an eine höhere Ebene. Das ist mir wichtig. Und natürlich die Vorschriften und die Verbote. Ja, das war also die zweite Komponente unserer Gesellschaft. Die dritte ist die politische Großideologie oder auch überhaupt Ideologie. Und da haben wir zum Beispiel den Kommunismus. Ich habe im Studium vor vielen Jahren, da gab es die Basiskommunisten, da haben wir also über die Abschaffung des Geldes und des Eigentums diskutiert. Und deswegen kenne ich sehr, sehr gut, wie die Auseinandersetzung mit so politischen Ideologen ausschaut. Und sie sind immer sehr unzufrieden mit der aktuellen Gesellschaft. Also man will, im Zentrum steht bei einer politischen Ideologie die Umgestaltung der Gesellschaft. Man will die Gesellschaft anders haben. So wie sie ist, ist sie Mist. Gut, und weiterhin eine wichtige Komponente ist, dass eine politische Ideologie von den Anhängern sich immer auf das eigene Land fokussieren. Die wollen ja jetzt nicht meinetwegen damals den Kommunismus in den USA einführen, sondern natürlich in Deutschland, weil sie Deutsche sind und in Deutschland leben. Also Fokussierung auf das eigene Land. Und sie lehnen die aktuelle Gesellschaftsstruktur ab und sie haben Dogmen. Also es ist auch sehr schwer, gegen die Dogmen anzukommen. Da wird einfach irgendwas gesagt und da kommt man nicht gegen an. Und es geht um Macht. Die Anhänger der politischen Ideologie wollen immer anderen Menschen vorschreiben, wie sie zu leben haben. Sie wollen Macht ausüben. Und Macht ist so ein Urtrieb des Menschen. Und natürlich auch hier ähnlich wie in der Religion Verbote und Regulierung. Es gibt missionarischen Eifer, auch hier eine Ähnlichkeit zur Religion. Und immer gerne Jugendorganisation. Das habe ich mal in der Schule, so in der Unterstufe im Gymnasium haben wir uns damals, das war in den 60er Jahren, da war das noch nicht so lange her mit dem Faschismus, da haben wir uns mit den Mechanismen der Hitlerbewegung auseinandergesetzt. Und da habe ich gelernt, dass sich solche Bewegungen immer sehr schnell auf Jugendliche stürzen, weil junge Menschen sind noch formbar. Sie haben noch nicht ihren Platz in der Gesellschaft gefunden. Und es wird dann von solchen politischen Großideologien, allerdings auch von Religionen, wird eben frühzeitig angeboten, sehr junge Menschen da aufzunehmen in die Organisation und ihnen einen Lebensinhalt zu geben. Also charakteristisch sind Jugendorganisationen. Ja und es gibt natürlich da auch eine Teilung in Gläubige und Ungläubige, heißt aber anders, in Anhänger der Ideologie und Oppositionelle. Und auch hier in der politischen Ideologie haben wir persönliche Angriffe, Verunglimpfung und Denunziationen. Allerdings keine Verteufelung, weil es diese übergeordnete Metaebene, also die transzendente Ebene nicht gibt. Und eigentlich sind die politischen Ideologien auch abgekommen von dieser Beweislastumkehr. Ja, also da kann ich dann, da müssen die schon beweisen, dass ich tatsächlich irgendwie oder ja, also da ist das noch normal. Das ist ein bisschen weiter fortgeschritten als eine mittelalterliche Religion. Aber das Ziel ist Umgestaltung der Gesellschaft und Fokussierung auf das eigene Land. Ja, die vierte und letzte Komponente der Gesellschaft, vielleicht die dominierende für uns alle. Wir alle brauchen Job, wir alle brauchen Einkommen, damit wir unsere Miete bezahlen können und so weiter. Das sind Elemente der Wirtschaft. Und das Zentrum der Wirtschaft, also eines Teilnehmers der Wirtschaft, ist das Gewinnstreben. Der Angestellte will seinen Lohn möglichst erhöhen, dann macht er einen Streik, damit er eine Lohnerhöhung bekommt. Und der Unternehmer will halt seinen Profit hochschrauben. Die Menschheit teilt sich da grundsätzlich in der modernen Wirtschaftsgesellschaft in Unternehmer und Angestellte. Gleichzeitig gibt es eben auch eine Arbeitsteilung, was ja sehr fortschrittlich ist, also im Gegensatz zur Urgesellschaft, wo jeder alles machen musste. Man musste seine Schuhe selber zusammennähen. Arbeitsteilung, Hierarchie, Geschäftsideen, Produktivität, Wettbewerb im Kontrast zur Planwirtschaft. All das Komponenten der Wirtschaft. Ich kann das hier aber nicht weiter vertiefen, weil mir so Hintergrundwissen im Wirtschaftsbereich wirklich fehlt. Dann gibt es noch Lohn eben und Konsum. Aber wichtig ist, im Zentrum steht Gewinnstreben. Man will sein persönliches Geld vermehren. Das ist der Antrieb hier. Jetzt haben wir eigentlich alle vier Elemente mal kurz durchgesprochen und für jedes der vier Elemente einen zentralen Punkt identifiziert. Wie gesagt, das ist jetzt gar eine soziologisch belastbare Analyse, sondern das ist das, was so aus meiner Erfahrung der letzten Jahrzehnte, kann man ja sagen, was ich mir da so überlegt habe. Und jetzt wollen wir mal die Klimabewegung da einsortieren. Ich sage absichtlich nicht Klimawissenschaft, weil die Klimawissenschaft, den Begriff werde ich dann verwenden für das, was ich als die Wissenschaftskomponente von diesen vier Elementen hier bezeichnen werde. Da haben wir also wirklich die Naturwissenschaft und ich denke, die Klimabewegung besteht zumindest in ihrem Kern tatsächlich aus Naturwissenschaft. Da wird also von vielen, vielen Forschern, Wissenschaftlern in den Forschungsinstituten und in den Universitäten versucht, dass die Naturgesetze, denen unser Klima unterliegt, und das sind sehr viele, es ist interdisziplinär, es ist Physik, Biologie, Chemie, das zu verstehen. Und sie tun das ohne Machtanspruch, ohne Gewinnstreben oder ohne anderen Leuten Vorschriften machen zu wollen, sondern sie wollen es wirklich nur verstehen. Und das ist eigentlich der Job von so einem Professor an einer Uni oder in einem Forschungsinstitut. Verständnis der Naturgesetze. Und für die allermeisten gilt auch Übereinstimmung von Theorie und Experiment und es ist vollkommen in Ordnung, dass man hinterfragt, kritisch hinterfragen, ja, ist das denn jetzt wirklich so? Aber jetzt muss man wirklich mal schauen, also wenn wir hier zu den religiösen Komponenten kommen, da ist das kritische Hinterfragen in der Klimabewegung aber gar nicht mehr angesagt. Ja, wenn man mal so, also ich hatte es mal scherzhaft, ich kenne mich ja inzwischen wirklich gut aus mit den physikalischen, das sind jetzt physikalische Mechanismen mit diesem Kohlendioxid, ja, wenn wir jetzt einfach mal scherzhaft so einen Klima-Exponenten, also meinetwegen wirklich jemand mit dem Professorentitel, einfach nur mal im Scherz frage, und bist du eigentlich sicher, dass diese 0,5 Promille CO2, dass sie jetzt diese dramatische Erwärmung hervorrufen, ja, da weiß man schon, man ist jetzt Gotteslästerer oder Heretiker oder Ketzer oder irgendwas ganz Schlimmes, dann sagt man, oh, war ein Scherz, war ein Scherz, nein, 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 nicht böse werden, ist schon okay. Man kann nicht kritisch hinterfragen. Also man kann in den naturwissenschaftlichen Zahl der Klimabewegung, kann man kritisch hinterfragen, aber nicht bei den Klimaaktivisten in der Öffentlichkeit, die öffentlich auftreten, ja. Und Falsifizierbarkeit ist bei vielen Dingen in der naturwissenschaftlichen Komponente der Klimabewegung tatsächlich gegeben, zum Beispiel in der Paläoklimatologie, da ist ja ganz schwierig rauszubekommen, wann war die letzte Eiszeit zu Ende und dann gibt es verschiedene Indizien, die man vergleichen kann und dann kann man auch Gegenbeweise führen. Wo es nicht geht, das sind die Prognosen, das habe ich schon gesagt. Was im Jahr 2100 passieren wird und was die Klimamodelle vorhersagen, kann ich nicht falsifizieren. Ich würde schon ungefähr glauben, ich bin ja jetzt nicht unbedingt Klimaleugner oder irgend sowas, sondern, aber es ist eben nicht falsifizierbar. Das ist ein Mangel. Es gibt aber eben, insbesondere in den letzten Jahren ist das erheblich schlimmer geworden, da ist eigentlich dieser naturwissenschaftliche Anteil, der von Skeptizismus und kritischem Hinterfragen geprägt ist und der Suche nach Wahrheit, der ist kleiner geworden und diese drei Komponenten der Klimabewegung, die hier unten stehen, die haben zumindest in der öffentlichen Debatte massiv an Boden gewonnen und da gibt es sogar eine quasi religiöse Komponente und das möchte ich hier mal kurz erläutern und zwar habe ich mich immer gefragt, warum man eigentlich den Zeitraum ungefähr 1850 als Bezugspunkt nimmt für die Klimaerwärmung. Da war es nämlich am kältesten in den letzten 10.000 Jahren und ich habe ganz lange gedacht, naja, die wollen das möglichst dramatisch haben, die nehmen also als Bezugspunkt, als Nullpunkt die globale mittlere Temperatur um 1850 und dann ist unser Anstieg sieht also im Augenblick mit diesen 1,2, 1,3 Grad eben besonders dramatisch aus. Das habe ich so hingenommen, man kann irgendeinen Zeitpunkt nehmen. Wenn man allerdings das Klimaoptimum des Holozeens nehmen würde vor 5.000 Jahren, dann wäre der Anstieg, den wir im Augenblick haben, etwa 0,5 Grad geringer. Ja, aber das haben sie nicht gemacht, sie haben 1850 genommen. Wie gedacht, ich dachte, naja, das sieht dann eben ein bisschen krasser aus, aber es sei ihnen gegönnt. Aber es gibt einen anderen Grund und das wurde mir jetzt erst nochmal erklärt. Und zwar nimmt man an, dass es darum geht, dass die Natur nicht vom Menschen beeinflusst ist. Also der natürliche Zustand und das ist eben der Zustand des Klimasystems, bevor der Mensch mit den CO2-Emissionen begonnen hat. Und das war eben genau 1850. Und dann habe ich mich gefragt, ja, aber das Klima, die Temperatur hat doch sowieso die ganze Zeit geschwankt, aus natürlichen Gründen, warum denn nur ausgerechnet 1850? Er hätte sich auch die Eiszeit nehmen können oder eben das Klimaoptimum des Holozehens. Und da ist aber dahinter der Glaube, dass die Natur gütig ist. Also von sich aus stellt sich die Natur so ein, dass wir optimal leben können. Also sie ist im Gleichgewicht und wir haben sie aus dem Gleichgewicht gebracht. Ja, liebe Leute, es gibt aber kein natürliches Gleichgewicht, sondern die globale mittlere Temperatur hat auf den längeren Zeitskalen wie wild geschwankt. Aber dieser Glaube an eine gütige Natur, der kommt mir schon ganz schön quasi religiös vor. Also das ist so ein Ansatz, den ich als Physiker nicht nachvollziehen kann. Sondern man müsste eigentlich mal überlegen, was für ein Zustand des Klimasystems ist denn eigentlich für uns optimal? Und ganz bestimmt nicht die kleine Eiszeit vor ein paar Hundert, also die 1850 zu Ende gegangen ist. Ja, dann haben wir natürlich auch Angst. Ganz wichtige Komponente. Wir haben diese Last Generation und Rebellion Extinction, also Aussterben. Oder auch Herr Guterres, der meinte, wir sind auf dem Highway to Hell, to Climate Hell. Da wird also Menschen Angst gemacht. Mit der Hölle sogar, Guterres. Da wird das Wort Hölle verwendet. Das ist natürlich quasi religiös. Strafe für Fehlverhalten und natürlich eine Teilung Gläubige und Ungläubige. Das sind religiöse Komponenten der Klimabewegung, die mich angefangen haben, sehr, sehr zu stören. Dann gibt es die politische Ideologie und zwar gibt es Leute, gerade auch in Deutschland, die wollen eine Transformation der Gesellschaft. Das ist politisch. Man will ein neues Gesellschaftssystem haben und das hat Ulrike Herrmann hier sehr schön beschrieben, nämlich die logische Konsequenz des Umstiegs auf nur Sonne und Energie im eigenen Land. Daraus folgt eigentlich eine Planwirtschaft mit sozialistischer Prägung, mit sehr vielen Verboten und Regulierung und die schreibt hier das Ende des Kapitalismus. Aber es ist eben auch in meinen Augen das Ende der persönlichen Freie. Das ist wirklich eine andere Gesellschaftsform. Ein Naturwissenschaftler strebt nicht das Umstülpen der Gesellschaft an, sonst werden wir gleich noch erläutern, die Naturwissenschaft, die moderne Naturwissenschaft ist erwachsen, also entstanden in der Demokratie. Das geht Hand in Hand, in der freien Gesellschaft. Und eine politische Ideologie ähnlich wie die Religion hat Dogmatismus und es gibt natürlich bei politischen Ideologien dann jede Menge Verbote und Regulierungen. Also ich hatte mich mal ein bisschen mit der Taxonomie der EU, also die im Rahmen des Green Deals beschäftigt und da sind ja so viele Verbote und Regulierungen, dass einem Hören und Sehen vergeht. Auch das würde ein Naturwissenschaftler nicht machen, sondern es ist natürlich die politische Komponente der Klimabewegung. Ja und dann gibt es die wirtschaftliche Komponenten. Hier geht es nämlich auch um Geldverdienen. Und da will ich auch ein kleines Beispiel vor zwei Monaten beschreiben. Wir haben also bei unserem Haus hier einen Wintergarten und der ist undicht und die Scheiben sind so ein bisschen doppelt verglast. Da ist ja zwischen den Glasscheiben, das ist so ein bisschen beschlagen, das ist nicht mehr dicht. Da brauchen wir also neu, also Erneuerung des Wintergartens. Und dann sind wir also hier in so einen Wintergartenladen gegangen und dann habe ich gemeint, ja der ist ja schon da, wir sind ja nur ein Neuer, neue Verglasung und sowas alles. Und dann nannte der einen Preis, wo ich also beinahe vom Stuhl gefallen bin. Ja, extrem teuer. Also phänomenal teuer eigentlich. Und dachte, hä, was ist denn jetzt los? Wieso ist das denn so teuer? Ja, wissen Sie, Herr Ganteföhr, wir haben ja neue Regulierungen. Das sind die Regulierungen hier. Und zwar muss die Isolierverglasung von einem Wintergarten, die muss so dick sein. Man kam dann mit einer Dreifachglascheibe, also einer kleinen Probe, also die Probe war 10 mal 10 Zentimeter, aber sie war auch 10 Zentimeter dick. Das waren also drei Glasscheiben übereinander gepappt mit einem Gas, also die zwei Zwischenräume, Isolierglas. Und deswegen wird der Wintergarten so teuer. Es ist im Wesentlichen das Glas. Und ich meine, hä, Dreifachverglasung mit einer Dicke von 10 Zentimeter. Ey, unser Wintergarten ist am Bodensee, wir sind doch nicht am Nordpol. Oder auf dem Mars. Ja, auf dem Mars ist minus 60 Grad, da brauche ich so eine dicke Isolierung, ja wie so ein Raumfahrer. Aber doch nicht am Bodensee. Ja, das sind die Vorschriften. Und freute sich, weil dadurch wird natürlich der Wintergarten sehr, sehr teuer. Und für die Leute, die jetzt also ihre Häuser isolieren müssen nach den neuen Vorschriften, die solche Fußbodenheizungen einbauen müssen und so weiter, für die, für die eigenen Bürger wird es sehr, sehr teuer. Aber für die Leute, die dann diese Produkte anbieten und die Leute müssen sie ja kaufen, es gibt gar keine Alternative. Für die Leute, die in dem Business drin sind, ist das natürlich eine sehr lukrative Angelegenheit. Also die klatschen geradezu in die Hände, wenn den Menschen eben verboten wird, die Dinge, die sie so lange gewohnheitsmäßig genutzt haben, wenn sie die nicht mehr nutzen dürfen und sie müssen, sie müssen was Neues kaufen. Da ist also auch Gewinnstreben dahinter. Und wenn die Strompreise in gewaltige Höhen klettern, dann müsst ihr das bezahlen, ihr normalen Bürger. Aber es gibt auch andere Leute, die kriegen das Geld. Da verdient jemand dran. Und das ist die vierte Komponente der Klimabewegung. Hier geht es auch um Geld. Ja, und ich denke, dass das sehr wichtig ist, dass man sich darüber im Klaren wird, dass bei der Klimabewegung, also die Naturwissenschaft, sagen wir mal die reine Naturwissenschaft, also das Verständnis der Naturgesetze und so weiter und das kritische Hinterfragen, das ist zumindest in der öffentlichen Debatte weit, weit zurückgedrängt. Da gibt es diese anderen Komponenten und ich denke hier, diese politische Ideologie ist so eine ganz, ganz wichtige Sache. Und mich persönlich stört das, dass diese anderen drei Komponenten die Naturwissenschaft vor sich her tragen, weil die Naturwissenschaft, die hat diesen guten Ruf und das ist sozusagen die Legitimation für die Leute, die eigentlich aus ganz anderen Gründen hier unterwegs sind. Ich halte das für einen Missbrauch der Naturwissenschaft. Ja, und ich denke, wenn wir, also was natürlich dabei auf der Strecke bleibt bei diesen ganzen Sachen, ist die Lösung des Klimaproblems. Weil wenn es eigentlich um Umbau der Gesellschaft geht oder wenn es um Geldverdienen geht, da lösen wir das globale Klimaproblem ganz bestimmt nicht damit. Deswegen, das ist der zweite Grund, weshalb es mich stört. Und ich denke, wenn wir wirklich das Klimaproblem lösen wollen, dann müssen wir uns rückbesinnen auf die reine Naturwissenschaft, ohne diese merkwürdigen Beimischungen. Und dazu ist es für uns alle notwendig, und das habe ich eben in meinem Buch ein bisschen probiert, das zu trennen. Also die Naturwissenschaft, die wirklichen Erkenntnisse, was sind denn gesicherte Erkenntnisse und es ist auch ein bestimmtes Denken, das habe ich hier erläutert, und dann das, was ich mal als politische Klimatologie bezeichnen will. Und man kann das erkennen, man kann erkennen, wann man es mit der politischen Klimatologie zu tun hat. Nämlich, wir haben als Naturwissenschaftler und Naturwissenschaftlerinnen ein globales und ganzheitliches Denken. Es macht keinen Sinn, das Klima nur in Andorra zu retten oder nur in Luxemburg oder nur in Deutschland, weil Deutschland auch nur ein kleines Land ist. Man braucht ein globales Denken und ganzheitlich, weil wenn wir die anderen Probleme der Menschheit wie Hunger, Kriege und so weiter nicht mit einbeziehen, dann klappt es sowieso nicht. Währenddessen in der politischen Klimatologie eine Fokussierung existiert, nur auf das eigene Land. Man will nur das eigene Land mit dem Klima beglücken, aber da geht es eigentlich um was anderes, nämlich um den Umbau der Gesellschaft. Das ist eben Politik. Wir haben in der Klimawissenschaft als Naturwissenschaftler eine tiefe Verankerung in der Demokratie und in der Eigenverantwortung. Natürlich. Es ist entstanden, also die Entstehung der Naturwissenschaft und auch der Demokratie hat was mit der Reformation zu tun und ist deswegen auch, hat Wurzeln eben genau in Europa. Demokratie und Eigenverantwortung. Währenddessen die politische Klimatologie eigentlich, ja das ist fast schon Befehle und Gehorsam, da werden also Gesetze erlassen im Sinne der Umgestaltung der Gesellschaft. Klimawissenschaft ist ausgezeichnet durch Sachlichkeit und durch Pragmatismus und Geduld mit den Menschen, währenddessen die politische Klimatologie ist dogmatisch. Also da darf nichts angezweifelt werden und sehr herrisch, würde ich sagen. Dann, die Klimawissenschaft ist ausgezeichnet, und so habe ich es eben 50 Jahre lang erlebt, durch Toleranz und Offenheit, also die ganze Naturwissenschaft, währenddessen die politische Klimatologie geprägt ist von Angst. Man schüchtert die Menschen ein. Dann haben wir die Redefreiheit in der Klimawissenschaft, also in der allgemeinen Wissenschaft, aber auch in der Klimawissenschaft, währenddessen in der politischen Klimatologie, wenn da jemand was Falsches sagt, Redefreiheit, ja, da muss man mit persönlichen Angriffen und Denunziationen rechnen. Klimawissenschaft oder Naturwissenschaft insgesamt ist geprägt durch Fairness und Höflichkeit, währenddessen eben, wie ich es gerade geschildert habe, bei meinem kleinen Beispiel mit der Hexe, dass wir geprägt sind. Also das gibt es da öfter, Denunziationen. Da wird einfach was behauptet, um jemanden, der unliebsame Argumente bringt, anzuschwärzen, damit die Bevölkerung oder die Bystanders, die Öffentlichkeit, ihm nicht glaubt. Ja, also das wäre jetzt wichtig und was ich jetzt gerade bei der Wahl von Präsident Trump oder vielmehr Donald Trump als nächsten Präsidenten der USA gesehen habe, ist, dass von den Republikanern nur die politische Klimatologie noch wahrgenommen wird und sie sehen es als sozialistische Komponente an, als ideologische Bewegung in Richtung Sozialismus und bekämpfen deswegen die Klimatologie. Und das ist natürlich dumm oder doof oder blöd oder wie man es nennen will, ja, weil das Klimaproblem ist ja trotzdem da. Und deswegen ist es eigentlich wirklich notwendig, dass wir diese politische Klimatologie, die also ein bestimmtes Gesellschaftssystem auch eigentlich als Fokus hat, dass wir die wieder ein bisschen trennen von dem eigentlichen Problem der Klimaerwärmung, das in der Klimawissenschaft verankert ist. Denn wenn man jetzt diese politische Klimatologie ablehnt, dann hilft das ja nichts. Es wird ja trotzdem wärmer. Deswegen ist diese Beimischung, die wir hier haben, zur eigentlichen Klimawissenschaft sehr schädlich. Und worüber ich mir eigentlich dann auch große Sorgen mache, ist, wenn die Bevölkerung irgendwann mal merkt, dass das gar nicht wirklich Klimawissenschaft ist, die Klimabewegung, sondern dass das eine starke Beimischung von Politik und auch einfach Geldinteressen ist, dass sie sich abwendet insgesamt von der Naturwissenschaft. Hier wird der Ruf der Naturwissenschaft, der wird geschädigt. Er ist aber immer noch sehr gut, glaube ich. Ja, liebe Leute, also ich habe hier in dem Buch versucht, eine Trennung zu machen von Klimawissenschaft und politischer Klimatologie, aber es ist eine sehr schwere Sache. Ich musste da ziemlich lange nachdenken, weil, also ich muss sagen, also einfach ist es nicht, sich in diesem Irrgarten der vielen Klimaveröffentlichungen zurechtzufinden. Aber ich habe hier einen Plan B aufgestellt und ich meine, dass das der einzige Ausweg ist, der uns noch bleibt bei einem Klimaproblem angesichts eben solcher Veränderungen wie der Wahl von Donald Trump, wo wir dann für die Menschheit wirklich einen Weg finden müssen, auch unter der Randbedingung, dass ein Haufen Leute da sich also, zumindest diese politische Komponente der Klimabewegung massiv ablehnen. Wir brauchen einen Plan B, jetzt erst recht. Vielen Dank für diesmal und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.